Papa, ich bin sehr krank. Oh nein. Eddie legt die Hand auf Juniors Stirn. Du hast kein Fieber. Aber ich habe Ohrenschmerzen. Können wir zur Ärztin gehen? Natürlich. Sie gehen zur Ärztin. Hallo, Junior. Wie kann ich helfen? Mein Sohn hat Ohrenschmerzen. Oh nein. Ich kann helfen. Die Ärztin untersucht Juniors Ohr. Dein Ohr ist gesund. Aber mein Fuß tut weh. Die Ärztin untersucht Juniors Fuß. Dein Fuß ist auch okay. Ist alles in Ordnung? Ja, er ist. Junior, du bist nicht krank. Ich bin krank. Junior, warum bist du wirklich hier? Ist es vielleicht die Schokolade auf meinem Schreibtisch? Vielleicht. Junior. Ich bin gesund. Kann ich jetzt meine Schokolade haben? Fieber. Fieber. Sehr. Fuß. Untersuchung.